Gäste aus dem französischen Aix-au-Provence, dem englischen Durham und dem italienischen Perugia waren am vergangenen Wochenende in Tübingen zu Gast. Die SPD Tübingen hatte zum Europatreffen eingeladen. Gekommen waren Vertreterinnen und Vertreter der SPD-Schwesterparteien Parti Socialist, Labour Party und Partito Democratico. Am Samstag empfing die erste Bürgermeisterin Christine Arbogast die Delegationen aus Tübingens Partnerstädten. Höhepunkt war am Abend eine öffentliche Abendveranstaltung mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Europaparlaments Evelyn Gepard.